Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cuphead für die Switch. Den schroffen Grat haben wir hinter uns gelassen. Mit ihm haben wir auch schon geredet. Hier oben können wir an dieses Häusle noch gehen. Was ist das? Das ist Halden Hula. Dr. Karls Roboter in Halden Hula. Okay. Was gibt hier noch mehr? Wir haben einen Weg frei gemacht hier und zwar diesen hier. Mal runter gehen. Oh, das ist eine Gabel. Mal mit der Gabel reden. Lasst uns offen reden, Leute. Okay. Es gibt echte Top-Leute und dann gibt es, tja, die ganzen Rest. Im Moment wirkt ihr eher wie der ganze Rest. Und das bedeutet, dass ihr die Welt nicht auf meine besondere Art sehen könnt. Okay. Wo ist der Shop? Wir können das jetzt erstmal machen hier. Das Mausoleum. Die sind ja nicht unbedingt super leicht, aber auch eben nicht super schwer. Glaube ich. Weiß jetzt nicht, wie das dritte ist natürlich. Aber das Mausoleum gibt uns hier auf jeden Fall mal irgend so einen neuen Superkraft. So ready. Wir sind hoff. Oh nein. Oh nein. Okay, ich war ziemlich, ziemlich dicke Dinger. Komm da, müssen wir mal gucken. Oh nein. Ich hab mich nicht erwischt. Das ist ein bisschen schwierig, weil kurz vorm Boden ist die nochmal zu erwischen. Das ist immer schwierig, weil er mehr auf den Boden tritt als... Nein! Man, dann sag ich doch, die sind immer leichter und dann ist das Ding echt scheiße. Hier geht's. Hier geht's. Dannommen wir mal. Oh, nein. Oh, nein. Wird waren wir denn? Wird waren wir noch gar nicht? Ist die Hälfte? Ach man! So blöde, wenn man da drauf stehen kann. Das nervt so ein bisschen. Leben wird ein gerasher. Es ist ein kleineser Bind und die Bind und der Bind. Ja, das ist halt das. Ich nehme das. Ich habe die Bindungen geklärt. Ja, nur größere Geister. Ja! Ja, Zauber first. Wurzeln, dass ihr vorbeigekommen seid. Und diese verdammten Geister hätten mich fast erledigt. Hier ist die letzte magische Superkunst, die ich für euch gefunden habe. Tja, Zeit abzuschweren. Viel Glück. Mal gucken, was für eine Superkunst das ist. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Du hast einen neuen Super freigeschaltet. Ich zeige nochmal das neue Super. Energiestrahl, Superkunst und Verwirrungbarkeit. Und Riesengeist. Steuere parallel Geist und Körper, um größten Schaden zuzufügen. Wie geht das denn? Wollen wir es mal ausprobieren? Auf jeden Fall. Gut. Kaufen können wir uns jetzt glaube ich nicht mehr so viel. Wollen wir gar nicht reingehen. Der ist erst ab drei Goldstücke. Hier ist ein Häuschen. Was ist da drin? Wer da wäre, Mann? Die Mäusebrigade. Machen wir. Die Mäusebrigade. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Bin gespannt. Oh Mann, 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 Mann. Hier ist ein wirklicher High-Class-Belt. Es ist vorbei. Oh. Oh nein, schießt doch noch rum. Rückwärts und schreit mal besser. Ach, da schießt auch immer, wenn die... Ach so, immer wenn die auf aufkommen schießen, machen die auch einen Schuss. Okay. Habe ich das erst gecheckt? Hier ist ein wirklicher High-Class-Belt. Dann ist es besser, um vorwärts zu schießen. Warte mal. Ich kenne es, die Katze. Habt ihr das gesehen? Ah. Ah, Mist. Ich brauche mal irgendwas Besseres zum Schießen, glaube ich. Kugeln kann man ja nicht abschießen, da oben, oder? Nicht. Hm. Ach so, da müsste ich wahrscheinlich draufhüpfen, ne? Ich treffe... Es ist so blöd zu springen, wenn er nach der Zweite kommt. Ähm. Gut. Good day for a swell battle. It's gone. Well. Oh, nein. Na ja, da kann ich auch hoch, okay. Wusste ich jetzt nicht. Na, okay. Man kann auch auf die zweite Etage, das wusste ich jetzt nicht. Du kommst ja erst an die zweite Etage, okay? Now, go! Ich glaube, wir hätten mal machen sollen, bevor der kommt, ne? Ach so, warte. Oh nein. Nein, runter. Jetzt wieder hoch. Oh, da kommt noch das andere. Ja, okay. Hätte nach oben gehen sollen. Nein, nach unten. Oh, gleich noch mal. Dann springen müssen wir es machen. Nein. Zeitung. Nein. Oh Mann. Aber dann denkt man auch nicht nach. Dann macht man einfach, man denkt nicht nach. Wenn Musik schockt. Nein, Mann. Aber so klappt das auch da nicht irgendwie. Kommt mir so vor auf jeden Fall. Also eigentlich kann man den ganz gut steuern zwischendurch. So. Hat sie. Jetzt müssen wir es ab. Ah, Mist. Oh nein. Ich glaube, es war ziemlich dicht, oder? Oh, guck mal. Hätte man nicht mehr lange gefehlt. Einen Versuch mal. Auf jeden Fall. Los. Los. Ah. Oh. 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 Oh, shit. Oh nein, das mach ich denn. Scheiße, das haben wir falsch getimed, wie man sieht. Ah, Mann, man springt, jedes Mal springt man hoch. Hier ist ein echtes High-Class-Belt. Das ist doch gar nicht. Komm schon. Das ist doch gar nicht so schwer eigentlich. Eigentlich ist es wirklich nicht so schwer. Warum klappt das nicht? Mann, das nervt. Das nervt wirklich. Oh, nochmal so ein Ding, scheiße. Oh, ja. Oh, Mann, ey, es ist echt nicht so schwer. Aber trotzdem macht man immer wieder ein, zwei Flüchtlingsfehler. Es ist so blöd. Oh, guck das an. Diese Dinger echt. Hier ist ein echtes High-Class-Belt. Andrew Yen. So. Jetzt bin ich hochmotiviert. Oh. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Gut durchstanden. Oh Mann. Oh, was machst du denn da? Das war zwar bescheuert A GREAT SLAM IN THAT STUFF AND BEGIN! Ah, ich wusste das! Das ist immer einer der... Dreh in die Richtung! Mein Gott! Mach dann so dumme Fehler zwischendurch! Na klar, triffst du mich damit noch! Oh, Quatsch wieder! Ja, ich wusste das! 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 Was passiert hier? Haben wir das freigeschaltet? Super! Dann können wir da durch! Oh, da ist auch frei! Perfekt! Ja, vielen Dank fürs Zuschauen! Werner Wehrmann haben wir! Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal! Bis dann, tschüss! Bis dann, tschüss!